Musik Ich bin heute gerade im Weinhaus in Opfinge mit dabei Barbara Schneider und Günther Linzer. Auch das Weinhaus in Opfinge ist ein Sonnenwinzer-Weinhof. Ein wichtiges Merkmal hier in Opfinge ist, wie man sehen kann, der Storch auf dem Etikett. Günther, möchtest du uns vielleicht einfach was dazu erzählen? Ja, der Storch ist für uns ein wichtiges Merkmal, einfach weil der Storch bei uns hier über Generationen beheimatet ist. Ich würde sagen, dann probieren wir den Wein doch jetzt einfach mal. Wir haben jetzt hier, ganz typisch für Opfinge einen Weißburgunder, Kabinett Trock. Zur Spargelseite hat er ein Wein, der wunderbar passt für uns Sonnenwinzer. Zum Wohl, zum Wohl. Und dann zum Wohl auf unsere Sonnenwinzer.